Yo Leute, willkommen! Wir sind heute mal nach einer, naja, komischen Zeit, Angaben immer wieder, bei einem neuen Let's Play, man glaube ich, kann es ein bisschen erkennen. Das Spiel hat einen schrecklichen langen Namen, wenn man zu wenig Luft in der Lunge hat. Hyper Dimension Neptunia Rebirth. Und ja, bevor ich jetzt anfange, ich weiß von einem Kumpel, dass dieses Spiel eine Menge, das meine ich wirklich, eine Menge, Cutscene hat, wo geredet wird, und ich bin mir sicher, es gibt ein paar von euch, die das nicht so interessiert, weshalb ich werde immer in der Beschreibung und in den Videos an sich solche Zeitpunkte, also immer nach, wann die Gespräche dann zu Ende sind, machen. Und ja, das wollte ich noch gesagt haben, bevor es passiert, wie wir sagen, New Game, Plutia DLC, äh, okay. Und das andere noch, das andere. Game業界 Game 4つの大陸を守護する守護女神たちは、このゲーム業界の統一をめぐり、終わりのない闘争に身を焼かれながら戦い続けました。 それが後に、ハード戦争と呼ばれる、終わりのない戦いの歴史です。 あなたたちもしぶといわね。いい加減諦めてやられたら? そのセリフ、いい加減聞き飽きたわ。何百年も戦い続けてきたのよ。 それはこっちも同じだ。それに、てめえらみたいなのを真の女神にしてたまるかよ。 はぁ。こんな馬鹿馬鹿しい戦い、いつまで続けなければならないのかしら。 なら、てめえからくたばり上がれ! 冗談は、その下品な言葉遣いだけにしてくださる? 私は、成し遂げなければならない崇高なる目的のため、ここで破れるわけにはいきませんの! うるせえ! こちとら、てめえのそのまわりくどい言葉遣いにはイライラしてんだ! くたばれデカチチ! ん?いいではありませんの! でも、胸とは、いわば母性の象徴、女神としての器の大きさを表しているようではなくて? でも、それで言ったら、あなたが一番女神にふさわしくないのかもしれませんわね。 だっと? ああ、言わせておけば、くだらねえごたくをペラペラと! しねえ!しにやがれ! すきやり! なっ? てめえ!あぶねえだろ! あはははは!くだらないおしゃべりをしている方が悪いのよ! はぁ...けど、こんな不毛な戦い、いつまで続くのかしら? なら、まずは一人減らそうじゃないか たしかに、数が減れば、少しは戦況が変わるかもしれませんわね なかなかいい提案じゃない なに?みんな、何を言っているの? で、誰にするんだ?その脱落者第一号は? パープルハート、ネプテューヌはどうだろう? そうですわね、このまま残られても厄介ですし、ネプテューヌで異論はありませんわ ああ、私も異論はねえ 3人とも、誰と話しているの? あはははは!そういうことだから、悪く思わないでよね! うっ、いったい、なにがなんなの? なんてことが悪く、素晴らしいことがあるので、これだけ乗っていたときも、なんてことがあるので、そしてネプテューヌを持ち上がるので、僕は画面を作成することができるので、まあ、あらりに比べてができるようにしてみてくださいね いつも、うちなのか言っているので、何が言ったら、ネプテューヌを持ち上がるの? 勝利に関しても、考えているので、ああ、いいね、なにが一人に使っているの? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist nur ein roll da, den ich! Nep Nep, nepp nepp! Ich habe noch einen Schnapp, wenn ich das Brille geworfen kann... ...und ich weiß es, weißt du... Es war ja doch das Teil der ganzen Welt. Ich wollte nur die Hälfte, aber ich wollte sagen, es war nur ein guter Modell... Oh, Neph Neph. Nein, nein. Das ist nicht nur ein bisschen. Also, Neph Neph. Warum hat man sich aus dem Himmelschen herausgefunden? Ich habe mich auch daran gedacht, aber ich habe mich daran gedacht. Ich habe mich daran gedacht, aber ich kann mich nicht daran denken. Neph Neph, das ist vielleicht so, das ist es? Ja, das ist wahrscheinlich so. Es ist schwer. Ich würde mich sagen, aber ich würde mich nicht sagen, aber ich würde mich nicht daran interessieren. Neph 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 Neph. Also, ich habe mich nicht daran gedacht. Aber... Also... Ich habe heute nichts zu essen. Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe noch nichts mit dir. Was ist das Essen? Ehh... Es ist natürlich nicht zu essen. Aber... Es gibt es eine Brüse. Brüse? Ne? Brüse? Was ist das Brüse? 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 Es ist wirklich gut. Ich freue mich. Ich habe mich gerade noch. das ist doch ein kurzer. Ich persönlich schaue das hier. Das ist eine brüche. Das ist eine Brüche. Ich habe einen Spruch mit einem Spruch mit einem Spruch. Oh, Nef Nef... Ich habe mir keine Erinnerung auf den Schmuck? Ich habe mich nicht verstanden, als Kegel oder Kassela. Ich habe mich daran genauer, so ich glaube, dass ich nur noch nicht. Ich habe es nur ein kleinesches. Dann kann ich es jetzt mal ein kleinesches! Ich... Was ist das? Wenn ich in die Hände lege, dann wird es so glücklich. Das ist so schön, und so ein kleinesches. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Das ist gar nicht so großartig. Ich habe es nicht so großartig. Ich habe es nicht so großartig. Das war's für mich! Hey, wo ist das? Das ist eigentlich meine Handwerker. Was ist das? Was ist das? Was ist das, Konpa? Das war's für mich. Ich bin sehr froh, Neph Neph. Das ist das. Ich habe die Handwerker. Ihr habt noch meine Handwerker, der hat mich zur Arbeit gegeben. Ich könnte ein bisschen mehr Zeugstellung machen. Das ist das aber auch schön, Konpa-Konpa-Konpa-Konpa-Konpa-Konpa-Konpa-Konpa-Konpa-Konpa-Konpa-Konpa-Konpa. Ich frage mich dabei, wenn ich mich dann zum Beispiel ein Einschränkern oder Haltwerker mache das, Ich finde, dass ich was noch nicht mehr 열�ucfier. Das wäre mein Objekt zu sein. Das war's für mich, als ich, wo ich ihn volle, versuche ich zuerst, weil ich es sich so genau, ich glaube, das sicher ist, dass ich mir verstehe. Dann muss ich beachten! Ja, ich sage jetzt nur zwei Sachen dazu. Einerseits, das waren jetzt halt fast 20 Minuten, ne? 20 Minuten, wo wir über Pudding, einen Kampf und vom Himmel fliegen geredet haben. Gott. Und dazu, ich feiere das irgendwie. Ich feiere die Ideologie irgendwie. Ähm. Ich würde nur sagen, ich mache erstmal das hier, weil das so ein kleines Event nur ist, soweit ich mich erinnere. Ich habe mir ein bisschen angespielt, die Version. Ich möchte nicht die Idee, ich probiere einfach mal aus. Äh, ich bin Mrs. Manual. Ja. Das werde ich noch übersetzen, also ne? So kleine Sachen, werde ich übersetzen. Große Sachen, die könnt ihr euch ruhig gerne selber zusammen machen. Das ist mir viel zu viel. Also, äh, ich werde dir ein paar Spieltipps geben. Ja. Jedenfalls werde ich jetzt versuchen zu übersetzen. Der Beste bin ich jetzt in Englisch auch nicht. Also ne? Ben, ruhig Sitzel, ist euer Freund. Ich bin ich jetzt in Englisch. Wo ist das? Ich würde etwas nachdenken. Es ist ein ein eigenes Land, also ist es ein eigenes Land. Wir sind wirklich nicht so gut. Ich habe einen schweren Schmuck und einen Schmuck. Ah, genau! Ich habe einen Schmuck-Kunner-Kunner-Kunner-Kunner-Kunner-Kunner-Kunner-Kunner-Kunner-Kunner. Ich habe das mal gesehen. Ah, ich habe das mal gesehen. Wer von der Arbeit ist, hat man zu gehen, hat man zu kaufen und zu kaufen. Aber was kann man das? Oh, so ist es... Roman? Nep Nep, als 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 Kind. Ah, okay, ihr müsst mir erklären, was ich alles in den Städten machen kann, okay. Ach ja, er hat es vorher schon erwähnt, dass er sehr viele Dialoge hat, ne? Ja. Irgendwas, was ich noch nicht weiß. Nö. Mehr Dialoge! Nein, keine Dialoge mehr, oder? Ne, doch, doch, wir haben noch Dialoge, wir haben noch Dialoge, hier, neu. Zwei Information, außen die Sachen, die ich wahrscheinlich selber besetze, wenn ich irgendwas das weiß, ne? Mit den nur noch mal davor sagen. So, so müde. Ich habe nur sieben Stunden geschlafen. Das könnte ich sein. Das ist bei mir noch weniger. Ich bin Kimizu Nana, äh, bin ein singendes, tanzendes Idol. Was? Ich kann Kampfgesänge auch, ne? Gott. Oh, Player Two. Bevor ich das vorlese, schaut euch mal den an. Hm, welcher... Videospielheld... Wir, ist auch mit grüner Kappe und zweiter Spieler. Hm, wer weiß es, wer weiß es. Auf jeden Fall, äh, endlich. Die Zeit ist gekommen. Meine Zeit. Ich hoffe, meine Zeit ist nicht zeitbegrenzt, also, ja. Deutsch übersetzt wird sich das nicht ganz gut an, aber egal. Rahmen, Nudel, Fabrik. Ich muss da hingehen und sich anschauen. Ja, das hat mich weitergemacht. Auf jeden Fall hier ist das Museum. Ich möchte euch mal zeigen. Schaut, wir können uns jetzt hier die Bilder anschauen. Oh, Spoiler. Die rechts haben wir noch gar nicht. Da haben wir wieder die... Genau, wir... Äh, Plot. Ich kann ja ein bisschen drüber reden. Ja, wir sind jetzt halt sie hier, die Neptune, und haben unser Gedächtnis anscheinend verloren. Ja, und das müssten auch wir sein. Anscheinend waren wir auch so eine Gottheit. Ja. Ey, wisst ihr was geil ist? Wenn ich auf meinem... Ich groß und schaue, ja, hab ich benutzt hier. Ähm, A drücke. Da bewegt sich der Arm, schaut euch das an. Wollte ich nochmal sagen. Hier haben wir mal den Hintergrund. Das brauche ich jetzt nicht lange durchschauen eigentlich. Sonst noch irgendwas... Ne, dann sind wir da mal anfangen. Äh, Audio. Brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Shop ist, glaube ich, klar, dass es da Sachen gibt und so, ne? Jetzt haben wir... Ich mache noch ein bisschen... Wir haben bis jetzt ja 20 Minuten geredet in dieser Folge. Nicht ich. Das Spiel hat 20 Minuten geredet. So muss ich sagen. Ich habe vielleicht 5 Minuten geredet. Sehr wenig eigentlich für 20 Minuten. Egal. Gehen wir einfach in den Wald rein. Das ist ein bisschen... Oh, hier ist... Ich wusste nicht, aber ich wollte mal fragen, aber ich würde sagen, dass es in diesem Weltkrieg gibt, in diesem Weltkrieg gibt es einfach so viele Monster. Ich wusste nicht, dass es in der Vergangenheit keine Monster gibt, aber ich hatte einen Moment, aber ich habe angefangen, und ich habe angefangen, und ich habe angefangen, dass es so viele Dinge zu tun hat. Ich bin so schnell, wenn ich mich so schnell verletzen, dann muss ich mich auf meine Lack-Points machen. Was ist das Nepp-Nepp? Was ist das急? Ich bin so schnell, dass ich mich als Kind und ich mich so fühle. Ich bin so schwer, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich bin sehr froh, aber ich bin so froh, dass ich mich so fühle. Ich bin ein bisschen Angst, aber... Wenn ich Neph-Neph'in so, dann auch ich. N-N-N-K-O! Konpa? Was ist das超巨大? Was ist das... Wo ist das? Das war's für mich, wenn ich mich immer mit dem Schrauben bin. Das war's für mich immer mit dem Schrauben. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. ja wie man sieht das spiel nimmt sich selber nicht so hundertprozentig ernst ne und ja nebel neptun geht den richtigen kampfgeist was konnte in schilder cubes point blake wenn wir kürke das heißt event der stein und ja gut ja selber schnell selber zeigen dann das auch als starbisch stadt ich muss noch was umstellen ich habe die map gesehen system konfig das kamera speed ist mir selber auf maximum da ich so am besten fühle und setz delay vor der auto x2 ich lasse das jetzt erst mal selber so und schau es nicht selber an so klären gut so ist er drin ist ja damit kann ich nach versteckten sachen suchen wie gesagt versteckt sieht man nicht einfach so wir sagen erst event direkt das hier jetzt was die 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 Ja, genau. Es ist ein Schleiner, aber es ist ein Schleiner, und es ist kein Schleiner. Okay! Wir gehen in den Tutorial-Zentuch! Jetzt sehen wir unsere beiden Charakter, wenn wir noch mehr in der Gruppe haben. Hier rechts bei Commons sehen wir, was wir einsetzen können, also die Skills. Mit B können wir abwehren, mit A können wir angreifen, R können wir dann nur die Seite wechseln, mit Items und all das Zeug. Flüchten müsste ich nah genug dran stehen und bla, das werden wir bestimmt auch noch erklärt kriegen hier in B. Und ja, ihr seht hier den blauen Kreis auch, ne? Ich kann nicht über den blauen Kreis rausgehen und so, ja. Angreifen tue ich, indem ich mich zum Beispiel so hinstelle, und dann kann ich so ein Monster auswählen. Wie man sieht, Hitboxen. In diesem Spiel, du kannst damit arbeiten, also auch wenn du willst, nur einen, aber wenn man beide kann, dann werden wir beide mit. Wenn ich zum Beispiel einen Tick mache, macht ihr einmal den ersten Tag, und dann kann ich nochmal drei auswählen. Slap mit Break, Power, Fire, Slime Range, wenn das ausbricht, Rush mit Bonk. Rush macht eigentlich relativ wenig damage, also er ist erstmal kaum benutzen. Power, wie ich sag, anhört, Schaden, Damage, ne? Und Slap Break, wie man links oben sieht, ich... Was sieht man mit meinem Maus? Kann man mit meinem Maus sehen? Jedenfalls links oben bei Dogu, da, hat man ja die HP und die GP. Das ist so, GP sind, ähm, Abwehrpunkte, also wenn es Abwehr leer ist, nehmen sie mehr Schaden. Und ja, das Break, Skills, Kombos, verbrauchen halt mehr GP meistens. Es gibt bei manchen bestimmt auch wieder, die es anders haben. Wie ich das Spiel kenne, auf jeden Fall, ähm, ja, kann ich mal zeigen. Ihr seht, das hat richtig viel gemacht. Aber auch dafür halt relativ viel Schaden, aber der Guard Break zieht man jetzt links oben auch. Ich kriege auch schon wieder zu schnell, aber egal. Und ja, ähm, man kann nicht durch seinen anderen Charakter durchlaufen, aber, ich kann trotzdem noch beides treffen. Das erklärt sich, glaub ich, alles von, selbst, hoffe ich mal. Und gut. Gut. Es gibt viele Sachen, ja? Es gibt auch andere Monster-San, also wir werden schnell aufgerissen. Das ist doch nicht wahr? und ist noch mal er die Kunde Prozent Joachim Prozent ja feste T das klar ja hier in der Mann an der Wand ist sonst ihn auch machen doch was hier hat man mit dem Zeigen hier zum Beispiel das können wir hier das Herb einsammeln und ja das ist das wie gezeigt Erstangriff wenn ich damit treffe kriege ich den Erstangriff wenn ich allerdings während ich diese Bewegung noch mache und getroffen werde dann hat Giener der Erstangriff wenn ich jetzt eigentlich nur so reinrenne dann ist normaler Anfang also das wäre das wenn man nicht so gut ziehen kann so wie ich meistens ähm besser aber ich würde sagen hier beenden wir jetzt für heute erstmal die Folge ich war jetzt 30 Minuten oh mit Großteil eigentlich nur ähm ja Text reden ich hab nichts gesagt ne jeweils das ist gewesen ich hoffe ihr schaut nächsten Mal wieder zu wir werden dann den Dungeon hier machen ich hab ich kann einfach mal sagen ich hab den zweiten Teil davon gespielt in letzter Zeit recht viel 10 Stunden ähm aber den hab ich noch überhaupt nicht also hiervon weiß ich gar nichts das heißt gleich letztes Play ich hoffe ihr freut euch auch drauf und ich würde sagen bis dann Leute bye 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 Bis zum nächsten Mal.